Das müsste ja hier sein, ne? Oder wird das unter den Büchern sein? Jero's Tagebuch Erster Brief Mein Name ist Jero Sonnenwind und dies ist mein erster Lebensbrief Ist das richtig? Muss ich jetzt näher rangehen dafür, oder was? Gestern nachsprach Sira und ich bis später die Nacht über unsere Pläne An einem Zeitpunkt warf Sira ein, dass viele Visionäre eines Tages zu Zynikern werden Da sie ihre Ziele aus den Augen verlieren Diese Lebensbriefe sollen meinen Weg dokumentieren Im Moment der Schwäche will ich sie lesen und mich an das, was mir wichtig ist, erinnern Dies ist also der erste coole Sache, coole Idee Erst gestern kam der Ordenshüter aus Ark ins Dorf, um mich zu einem Novizen zu machen Und als wäre das nicht genug, stellte er fest, dass ich Magie in mir trage Ist das möglich? Ich ein Arkanist, es fällt mir schwer, meine Gefühle in Borde zu fassen Mir ist, als ob all die harte Arbeit nun endlich Früchte trägt Das bringt mich interessanterweise auf eine seltsame, ja irgendwie mobilen Gedanken Vielleicht ist es, auf eine traurige Art und Weise, vielleicht sogar gut, dass Mutter starb Warum? Weil es mir die Augen geöffnet hat Jetzt empfinde ich nichts als Unverständnis und ja, auch Zorn für die Einfallspinsel des Dorfes Kinder und Erwachsene zugleich Tag ein, Tag aus ist das Ist es dasselbe? Tut mir leid, ich bin jetzt einfach zu weit weg dafür Sie stehen auf, arbeiten und lassen sich abends von den Baden berieseln Sehen sie denn nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Soll alles, was sie der Welt hinterlassen, wirklich nur ein flüchtiger Aufschrift auf dem Reisestein sein? Sira ist anders Sie versteht mich, wir teilen unseren Traum Und wenn Meister Igraz sie als Lehrling akzeptiert, können wir uns auch für meine Zeit im Noviziat so nah sein wie jetzt Zweiter Brief Oh Gott, 15 Jahre sind vergangen Und viele meiner Wünsche sind in Erfüllung gegangen Sira und ich leben nun zusammen Aber anstatt in den Tempelquartieren leben wir unter den Handwerkern Fünf Jahre ist das nun her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe Aber anders als ich es früher noch plante, habe ich mich gegen die militärischen Pfad entschieden Sondern werde Magister ins Ungler sein Warum? Weil ich denke, dass ich erreichen kann, wenn ich den Nachwuchs des Landes meinen Visionen weitergebe Als wenn ich an Kriegern teilnehme Die zwar manchmal notwendig sind, aber im Grunde genau das darstellen, was ich bekämpfen will Darüber hinaus hat die Tuchesa-Kurz Kürzlich dem Gesetzerlass des Armeetafel zugestimmt, den Sira und ich gemeinsam erarbeitet haben Zweimal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Endlehrer ein Handvoll Groschen in eine Tour zu zahlen Aus der dann die Ärmsten der Unterstadt eine warme Mahlzeit gekauft werden soll Die Reaktionen waren gemischt Einige stimmten der Idee fast schon mit Begeisterung zu Manch andere zeigten sich empört Häufig hörte ich Sätze wie Die sind doch selber in ihrem Unglück schuld Oder Wenn sie nur mal arbeiten würden, dann würden sie auch nicht hungern Und Sie machen mich wütend Verstehe ich Was für eine verdammte Ignoranz das doch ist Natürlich ist es leicht, den Himmel von der Spitze des Elfenbeinturms auszusehen Aber das werden sie nie begreifen Aber so wütend dieser Brief auch klingt, eigentlich bin ich zufrieden Ich verspüre ein Gefühl von Sinn, von einer Richtung, die ich mich bewege Und einen nicht zu geringen Teil meines Glücks verdanke ich der Frau, die nach all den Jahren immer noch zu mir steht Irgendwie interessant Ich weiß, dass du diese Zeilen vermutlich nie lesen wirst Ebenso wenig wie ich die deiner Briefe Aber trotzdem habe ich das Gefühl, durch die Tinte mit dir sprechen zu können In diesem Sinne, ich liebe dich, Sira Dritter Brief Sira ist tot Getötet von einer Bande, Herr Lunken, als sie Essen für die Armestafel in die Unterstadt brachte Wie schnell diese Worte geschrieben sind, aber Wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere nur annähernd ausdrücken Es klingt so absurd Ich spreche mit einem Pergament Weil mir niemand anderes zuhören will Und ansatzweise verstehen kann Was das für mich bedeutet Sira sagte mir immer Die Briefe würden mir Kraft schenken Aber das tun sie nicht Die Zeiten erscheinen mir fremd Alles fühlt sich falsch an Ich fühle mich falsch, wenn ich morgens aufstehe Ich fühle mich falsch, wenn ich in den Mittagstunden die Sonne zurückzieht Und ich in den bewirkten Himmel schauen muss Und ich fühle mich falsch, wenn ich abends allein in diesem großen Bett liege Malfas verurteilt den Freitod als Sünde Da ein jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat Aber ist das hier meine Aufgabe? Mir bleiben nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich wohlt Und hinter mir sehe ich nichts als gescheiterte Träume Unsere verfluchte armes Tafel hat zu regelrechten Kriegen an den Banketten der Unterstadt geführt Und die Reichen versuchen die Abgaben zu prellen, wo es nur geht Und vor mir sehe ich nichts als Nebel Fragezeichen Das trifft es am besten Sag mir also Malfas, ist das mein Pfad? Ist das meine Aufgabe? Ein gescheiterter Mensch zu sein, dessen Schicksal es ist, allein zu sterben? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos Und ich bin müde, ich will nicht mehr weiterschreiben Und damit endet der Brief Keinerlei Hinweise Warum Kollege Knackfuß also seine Schüler ermordet hat Er war verzweifelt, ja Aber das ist eigentlich alles kein Grund, um so abzugehen Merkwürdig Es bleibt spannend, der Rote Tod Wir haben doch so Bücher aufgehoben So schwere Rüstungen und all so ein Kram Hier sind die Baupläne Zerstöre es gut, lasse ich mal fallen Ich kann das Ich habe keinen Plan, was ich mit diesen Bauplänen machen muss Ich verstehe es nicht Ah, hier Lehrlingsbruch Die haben Apfelsymbol Da, Lehrlingsbruch, Archemie Lichtmagie, schwere Rüstung Zweihandkampf Okay Das hätte ich jetzt nicht gedacht Dass die unter Essen zu führen sind Und wir sollen Bericht erstatten Habe ich vorhin noch schnell gelesen Das können wir sehr gerne machen Vorher möchte ich nur einmal ganz kurz in diese Hütte rein Jetzt sind wir schon hier den ganzen weiten Weg gegangen Und mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht nochmal wieder hierher kommen möchte Siehst du, hast es schon gelohnt Das ist gut, dass ich wiedergekommen bin Handwerk erforderlich 20 Feldlederrüstung Mein Gott, wie kriegt man das bloß gelernt? So, wenn ich jetzt hier bin und ich habe Handwerkspunkte Acht Stück Aber was mache ich bloß damit? Handwerkspunkte erhaltet ihr in jedem Stufenaufstieg Mit ihnen könnt ihr Handwerksbücher lesen Die eure handwerklichen Fähigkeiten steigern Aber Benötigt einen Schlüssel Ich nehme an, der Besitzer ist nicht da Das sind bescheuerte Hunde, auf die ich jetzt gar keinen Bock habe Ach, oder ist das das Haus von dem Knecht hier Wie heißt das Ding? Ne, ist Pentas Haus Es gibt keine Schnellreisen Gibt es nicht Man kann nicht schnell reisen Einerseits gut Andererseits meh Ich finde auch Das hat Skyrim so ein bisschen Bisschen lieblos gemacht Weil man einfach Durch Schnellreisen die gesamte Welt überquert hat Ohne wirklich ein Teil dieser Welt zu werden Alles schön aufreihen Genau so wie ihr beiden Ihr habt es schon Fast richtig gemacht Schön am Kopf festhalten Und ab damit in den Nacken Hast du Fleisch oder Ne, im Alpenpfeil Hast du irgendwas? Nein Danke für die Erfahrungspunkte Tschüssi Weiter geht's hier Weiter geht's Da vorne ist irgendwas Und da ist auch irgendwas Kurum, Erz, Bergbau Wenn ich doch bloß wüsste Wie man diese Handwerkssachen lernt Diese Pläne Wir waren aber eben halt auch noch nicht in einer einzigen Richtigen Stadt So Bisher zwar immer alles Immer nur so einzelne Häuser Und Vielleicht Vielleicht hätte man in der Mine Irgendwelche Eisenbearbeitungssachen finden können Aber Ich will euch da jetzt auch nicht langweilen Indem wir durch Minen kriechen Ist das eine Mine, die ich schon hab? Nein Dann will ich die mal ganz kurz Aufdecken Damit sie auf der Karte erscheint Dass ich dann einfach weiß Da ist eine Mine Da kann ich hingehen Wenn ich Erze brauche Weil das wird passieren Also Wie gesagt Ich handwerke wirklich sehr gern Alten Stollen entdeckt Und Ich wurde nicht angegriffen Ich bin begeistert Kann ich hier einfach schick durch Da ist wieder eine Hütte In die Richtung Ich speichere mal Wer weiß, wann ich das letzte Mal gespeichert hab Pilze Oh Eine Stadt oder was? Hey, du da Ja genau, du Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Na ja, ich habe was gefunden Was richtig tolles Aber allein komme ich damit nicht weiter Ich brauche die Hilfe von jemand großem und starkem Wie wäre es also? Ich zeige dir was ich meine Und du verspricht mir dafür dann, dass du mir damit hilfst Was sagst du? Und warum fragst du da für mich und nicht deine Ich weiß nicht Dein Vater, deine Geschwister Ich könnte gefährlich sein Gefährlich? Ich Ich weiß nicht Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen Sonst klappt die Überraschung nicht mehr Na schön Klasse Ich wusste, dass du Ja sagen würdest Komm mit Ist das eine Falle? Die haben jetzt nicht gezucht Als ich endlich vorbeiging Oha Hier ist ein Krabbenjunge So, Dalla Schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden Toll, oder? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern Wie als wenn da Münzen drin wären Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen Und dann können wir uns die Beute teilen Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt Der immer kurz vor Mondwende kommt Und Geld von den Leuten will Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich Ich glaub schon, ja Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung Aber ich bin ja nicht blöd Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin Damit Papa den Kerl bezahlen kann Klar Zeig mal her Das ist doch gar nicht abgeschlossen Also bei Baldos Gate gab es mal einen Zauber Der hieß anklopfen Ich nehme nicht an, dass es hier sowas ähnliches gibt Ruf ein Geisterwolf Erhöhnt die Rüstung Nein, bitte nicht meditieren Wohltat Dann konnte man das noch mit Waffengewalt machen Wenn man es heute Ja, das war's Dann schauen wir mal Oh, achso Da sind Ach nee, was soll das denn? Das sind keine Groschen Das sind irgendwelche komischen Teile Und ein Stück Papier Hier, guck's dir selbst an Komische Teile und ein Stück Papier Alte Notiz Wieso ruft er die nicht auf? Ach, ist das doof Erhaben stolz und voller Kraft Soweit es für den Tag und Nacht Er spendet Segen in der Not Auf unserem Pfad bis in den Tod Äh, war das jetzt die richtige Notiz? Weil es steht, ich hab zwei davon Ich kann aber auch nicht umblättern Gibt's sowas wie Questgegenstände? Sonstiges Schlüsselbücher Hm Wie kann man das denn jetzt Man kann das nicht umblättern Und? Hast du was? Sieht nachher aus Ein Gedicht? Ein Gedicht? Hm Was wenn das ein Wie heißt das? Ein Rätsel ist? Lies mal vor Was steht da genau? Segen in der Not Das Ach Menno Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei Der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen Vielleicht meint der Schreiber damit den Schreien Schnell, geh nachschauen Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern Sag mir dann aber unbedingt Bescheid Wenn du was gefunden hast Gleich Da gibt's Erfahrungspunkte Willhaben Erfahrungspunkte 1 15 Okay Ist ja nicht mehr viel Ist das weniger geworden Oder war das schon immer so wenig 15 Merkt man sich jetzt einfach mal die 15 Und dann sieht man das ja Die kann man ja auch direkt essen Wenn man sie mit so einer Feuerzauber umhaut Ist aber leer Leer Gott ich muss so viele von den töten Wenn ich mit dem Level aufsteigen will Das hätte ja so ein bisschen was von South Park Und ich Love Warcraft Eine Mit Imposande Krabbel Lauf doch nicht weg Wie viel gibt die? 35 Wow Lass die Pfeile einfach immer abprallen Ist der Wahnsinn Es ist fast egal wie schwach der Bogen ist Auch so ein 20 Pfünder Pfeil würde Sich locker in so eine Krabbe reinbohren Behaupte ich jetzt mal Menschenschädel kriegt man damit auf jeden Fall durch Aus so einer Nähe Warum also auch nicht ein Krabbenpanzer? Okay Genug herumgealbert Wir haben eine Quest zu erfüllen Also zurück zum Quest-Aufrufezeichen da Verdächtiger Erdhaufen Dann lege mal los Du buddelst schon wieder in die falsche Richtung Sie buddelt den Erdhaufen zu Gib mal eh die Flöde Die ist Geld wert Lehrlingsbuch Papieren Was? Verbessert Papieren für Lehrling? Was ist Papieren? Rolle, Teleportation, Schädel Scheißegal Aber wisst ihr was wir jetzt testen können? Ich drücke mal H Lernpunkte 12 Dann die ganzen Apfelsymbole waren hier irgendwo Oh je, oh je, oh je Ich habe alles durcheinander gelernt Jetzt muss ich wirklich damit aufhören Und nur noch das nehmen, was ich Auch wirklich benutzen möchte Hast du schon beim Schreien? Schnell Nein War ich noch nicht Merch nicht Schauen Endlich mal in der Stadt Zum Schreien mache ich nachher Ich will jetzt erstmal kurz wegen der Hauptfest reden Irgendwann werde ich mal Abenteurer Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden Ach, das hat ja lange gedauert, bis die Anzeige kommt Hallo Wer seid ihr? Nur ein Reisender Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero Jero Ich Es geht um seinen Tod, richtig Diesen Amok-Love Ja Wisst ihr davon? Natürlich Wer weiß es denn nicht Jero war doch einer von uns Es ist schrecklich Einfach nur schrecklich Aber Wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ja Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde Malfach verzeih mir, dass ich derart über einen Heiligen Mannes Hüter spreche, aber Es ist die Wahrheit Ihr meint, ihr habt es kommen sehen? Inwiefern? Für mehr zu erklären Komm, da setzen wir uns Und so redet es sich besser Hast du mal ein Bier? So Ach Jero Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt Wir zwei waren früher beste Freunde Unsere Väter haben sich gekannt Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben Zumindest bis seine Mutter damals starb Nicht ein Altersschwäche, schätze ich Nein Banditen Mitten auf der Groschenstraße Letztens ist das ja normal geworden, aber Damals galt sie noch als sehr, sehr sicher Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen Und oben beim Pass ist es dann plötzlich passiert Niemand hat überlebt Jero hat es zerschmettert Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war Wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen Das hat Jero für immer verändert Wie genau? Tja, gute Frage Einerseits wurde er zum Mann Trotz seines zarten Alters Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen Den Wunsch irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen Die alte Mutter Yannick hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling Er lernte lesen und schreiben Und konnte die gesamten Heiligen Verse irgendwann auswendig Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Such helfen musste Halte er überall im Dorf, wo er konnte Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung Ja, so kann man es sehen Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes Bestriebsame Fischerjunge, der Obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu groß und bestimmt sein konnte Dann kam es, wie es kaum wusste Ein Ordenshüter kam nach Flussheim Um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen Und siehe da In all seinem Scharfsten hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung Der Hüter nahm ihn mit Und ein paar Monate später begann er sein Offiziat Seitdem habe ich ihn nur noch ein, zweimal gesehen Weil er nun noch sehr selten auf Lust sein kann Ich glaube fast, dass er gar nicht bemerkt hat Wie sehr mich das damals getroffen hat Und was meint ihr nun damit, dass Jerus Tatabt kommen sehen? Oder Ist es so ungewöhnlich, dass sein Schaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Das finde ich auch interessant Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft Ist das schon Grund für ein eigenes Badenlied? Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war Also ja, es ist ungewöhnlich Mehr als nur das Und was meint ihr nun damit, dass ihr Jerus Tatabt kommen sehen? Tja Das ist schwer zu erklären Ich glaube Es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte Wie er die Welt verbessern würde Und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde Unter all dem war nämlich immer so eine Wut Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich Wie der blaue Tod Er lauert in den weglosen Magier Er glaubt Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können Und erst schenkt er ihnen Kraft Aber dann Enges Tag ist, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor Und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern Aber was soll's Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame Weil die Erinnerungen nachden mich müde In Ordnung, danke für eure Hilfe Ja Natürlich Jasper berichten Oh, guck mal, aufstehen ist doch ganz einfach Dann war das, äh Das eine Mal gescriptet, dass man da so fest saß So Und ich bin jetzt mal auf der Suche nach Einem Händler und einer Schmiede Und Mal schauen, was wir davon so finden Und was mich mal interessieren würde ist Habt ihr Interesse Das mit anzugucken Oder soll ich einfach Die Kamera ausmachen Und so dieses Inventar-Management-Gedöns Einfach off-camera machen Sodass es dann auch nicht stört Ich könnte mir vorstellen, dass euch das vielleicht langweilt Und man das dann einfach wieder anmacht Wenn's wieder Richtung Questen geht Egal welche Quest, aber So jetzt hier das Herumeiern in der Stadt Und Inventar-Management etc. Bla bla Sichere Tour Ihr habt eine sichere Tour gefunden Gegenstände, die ihr in sicheren Touren ablegt Können nicht verloren gehen oder gestohlen werden Ihr findet in jeder Siedlung In Myriadentürmen Sichere Touren Alle Touren teilen sich dasselbe Inventar Oh, ist das ein schöner Luxus Das freut mich doch sehr Da möchte ich nämlich das alte Schwert da reinstecken Und diese ganzen Zauberstäbe Erstmal beiseite schaffen Und wenn ich ein bisschen drüber nachdenke Finde ich bestimmt noch viel mehr Was ich da reinstopfen will Nur eben nicht jetzt im Moment Oh, guck mal hier Alchemie Vielleicht darf ich das mal kurz anfassen Ihr könnt Tränke und Gift brauchen Indem ihr zwei oder mehr Zutaten Mit demselben Effekt kombiniert Experimentiert mit verschiedenen Zutaten Um bisher unbekannte Effekte zu entdecken Okay Ähm Tiestel und Pilz Und dann kann man Auf herstellen Mischung fehlgeschlagen Okay, das ist genau wie Wie man sich das vorstellt aus Skyrim Die Sachen, die man schon miteinander kombiniert hat Werden grau dargestellt Und am Anfang Erschaffen Gift Schädigende Ausdauer Ihr zieht dem Ziel 5 Ausdauer Ist jetzt nicht wirklich gut Ich stelle es nochmal her Um zu sehen, ob es Erfahrungspunkte gibt Und ja, man kriegt 3 Erfahrungspunkte dafür Man kann auch die Sachen einfach essen Aus dem Inventar heraus Lebensenergie wird für 6 Gefestigt für 60 Sekunden Ist jetzt nicht so geil Widerstehen 5% Widerstehen 6% Giftschaden Für 6 Ah, es ist alles nicht so Nicht so der Hit, aber Völlig in Ordnung So kann man sich da mal eben Durch das Inventar wühlen Und verliert auch ein bisschen Gewicht Im Inventar, indem man Diese leichteren Kräuter Durchsetzt Es gibt natürlich auch Ganz schwere Zutaten Sowas wie Riesenzäh Das möchte ich nicht herstellen Oh, das Menschenfleisch ist viel zu selten Menschliches Herz auch Das möchte ich jetzt nicht Aus Versehen benutzen Stellt 8 Punkte Mana wieder her Lass mich einfach nochmal Noch so ein bisschen Durch die Gegend klicken Oh, scheiße Ich hab das irgendwo angeklickt Das hätte ich in Das wollte ich in die Tour packen Aha, ich bin so doof So wird man sein Gewicht auch los Coole Sache Äh, widerstehen 5% Schockschaden Unter normalen Umständen Hätte ich das jetzt Vielleicht einfach Durchgesämmelt Ach du Man kann sogar Drei Gegenstände kombinieren Ich dachte dafür muss man Erst eine etwas höhere Stufe In Alchemie erreichen Er zieht dem Ziel Mana Ziel wird für drei Sekunden gelähmt Wow, guck mal wie viel das Zeug wert ist Drei Sekunden Lähmung ist Richtig krass Ey, da hab ich ja mal was Gutes gefunden Und ich denke jetzt kann man es auch lassen Und ich denke jetzt kann man es auch lassen Ja, verlassen Wenn sich hier irgendwelche Quests eignen Ansonsten suche ich mal ein bisschen Handwerkszeug Handel, Verkauf Und Mach den Charakter startklar für die Rückreise Damit wir berichten können, was wir gefunden haben Soweit Vielen Dank fürs Zusehen Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal Macht es gut alle zusammen Ciao, ciao Ciao